Sehr schön. Schön Munition auffrischen. Wohin muss ich? Ich hab keine Ahnung. Wir sind fast da. Es ist hinter dem Dach. Geschafft. Alles klar. Na los. Okay. Sieht aus, als hätten wir es gleich. Ja. Ich werde... Ich klettere hoch und helfe dir dann rüber. Okay. Halt mir den Rücken frei. Mach ich. Hey, was zum... Was machst du? Elena, hör zu. Oh, verdammt. Ich hätte mir denken können, dass du was vorhast. Nein. Bitte. Seien wir ehrlich. Die Chancen stehen eins zu einer Million. Ich hab dich schon mal fast verloren. Du wirst mich nicht verlieren. Ich packe das nicht nochmal. Schnapp dir den Wagen da drüben und verschwinde von hier, okay? Na, mach schon. Du hast nicht viel Zeit. Geh. 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 Lass den nicht auf die Stafen! Komm schon! Ich hab dich! Na los! Hey! Ich hab' viel, was? Ja! Bring mich einfach ans Fahrwerk! Okay! Vorsicht! Halt ihn fort! Sprich, jetzt! Oh, Mann! Geschafft! Geschafft! Easy! Alles klar! Blinder Passagier! Was kommt jetzt? Oh, shit! 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 Lass uns doch darüber reden! Wichser kommt hin. Okay. Das schaffen wir. Ich meine, wir können auf Fallschirm springen. Wichser. Gib mir die Mikro. Wir haben es, glaube ich, geschafft. Ich wurde erdrückt. Von einer Kiste. Bam. Wir erbreiten. Schon wieder. Schon wieder. Okay. Wir erbreiten. Ich habe keine Luft. Das war's für die. Okay, ich habe eine Idee. Ich bleibe auf hier. Oh, no. Oh, nein. Ich will hier durch diese Luke nicht fliegen. Oh, nein. Ich will durch diese Luke nicht fliegen. Also, und jetzt immer. Ich bin gestochen. Achso, Mann. Dann kommt. Oh, Gott sei Dank. Oh, nein. Aber das ist nicht gut. Oh, Gott. Ich gehe zum Wrack. Mal sehen, was ich finden kann. Vielleicht etwas Wasser. Ist etwas? Wir gehen noch zum Wrack. Dann höre ich, glaube ich, auf. Ich gehe. Untertitelung. BR 2018 Großartig. Dann mal los. Und dann speichern wir mal kurz. Ich würde mal sagen, zu 80% erledigt. Das heißt, ich kann nicht mehr lange dauern. So, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, abonniert, kommentiert, teilt das Video aus sozialen Netzwerken, damit sich der Traffic erhöht. Um das mal so auszusprechen. Wenn es euch gefallen hat, dann, wie gesagt, macht diese Dinge. Ansonsten, um mich zu unterstützen, ist natürlich alles freiwillig. Ansonsten, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.